Und alle Fenster finster und hier draußen ich. Bei Hirsch brennt kein Licht, die Wirtin ist ohnehin nicht zu Hause. Karl zieht hoch zu seinem Zimmer, das Fenster ist gekippt, man bemerkt es kaum. Auf Wiedersehen, flüstert er, und die Lichter des Autos blinken, als er auf den Schlüssel drückt. Auf Wiedersehen, Hotel Post, es war sehr schön mit dir. Bis zur Autobahn wird es eine Stunde sein. Karl fährt vorbei am Altstoffsammelzentrum, am Gasthaus Rust, dem Supermarkt, an der Tankstelle, die keiner mehr ist, und die jetzt Imbiss heißt, er sieht sie sitzen, sie bemerken ihn nicht. Er beschleunigt und lässt das Ortsgebiet hinter sich. 80 Stundenkilometer sind genug, bei Dunkelheit verlangsamt Karl die Fahrt, es ist Wildwechselzeit. An der ersten Raststation, bei den Lastkraftfahrern werde ich schlafen. Im Autobahnhotel, sie haben bestimmt ein Zimmer frei. Ich werde morgen zeitig aufbrechen, ich werde Blumen kaufen. Eine Orchidee? Margit kann nicht gut mit Zimmer pflanzen. Und niemals Schnittblumen, auch wenn sie sich freuen würde, aber ich weiß, was nach ein paar Tagen kommt. Karl, würde sie sagen? Es riecht wie in einer Aufbahrungshalle, schafft die Blumen weg. Ich wechsle das Wasser, würde ich sagen. Es ist nur das Wasser, die Blumen können nichts dafür. Siehst du, sie welken noch nicht. Nicht eine einzige Blüte, die hängt. Ich würde das Wasser ins Waschbecken leeren und durch Frisches ersetzen. Lauwarmes, bei Kaltem erschrecken sie. Vielleicht wären sie ein wenig müde als am ersten Tag, aber manche würden gerade erst jetzt ihre Knospen öffnen. Worauf ich Margit allerdings nicht hinweisen würde. Am besten, man vermeidet es in solch einer Situation, über die Blumen zu sprechen. Es würde die Aufmerksamkeit nur zu sehr in die falsche Richtung lenken. Andererseits, mit Schnittblumen im Haus käme es so oder so zu einem Konflikt. Friedhofsgeruch, würde sie jedes Mal sagen, wenn sie an dem Strauß vorbeigeht. Wie hältst du das nur aus? Ich rieche nichts. Es ist unmöglich, diesen Geruch nicht wahrzunehmen, Karl. Ich mache mir Sorgen, deine Nebenhüllen, ständig sind sie entzündet und jetzt riechst du auch die Blumen nicht. Trotz Sperrlinie überholen. Karl schüttelt den Kopf und betätigt die Lichthupe. Er fährt noch eine Weile mit Fernlicht, dann blendet er ab. Ich möchte ihr eine Freude bereiten. Ich möchte meine Margit glücklich machen. Ich werde ihr eine Orchidee mitbringen. Ohne Übertopf, wir haben noch genug im Keller von den Vorgängerpflanzen, die ihre Pflege nicht überlebten. Zu viel Wasser ist nicht gut. Ich sage es immer wieder, wieder und wieder. Sie meint es gut mit ihnen. Eine Orchidee ist anspruchslos. Am Sonntag für ein paar Minuten ein Wasserbad. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Was früher der Kaktus war, ist heute die Orchidee. Karl, verliere dich nicht, würde Margit jetzt sagen. Ich werde sie in die Arme nehmen. Ich werde flüstern. Margit, mein Mädchen, ich bin zurück. Schön, wird sie sagen. Vielleicht auch. Ich habe mich auf dich gefreut. Ich werde nach Hause kommen, mit einer Orchidee unter dem Arm, einer weißen, eingeschlagenen, buntes Papier von Blumenhaberguck. Wie, sagte Margit? Fürchte dich nicht, wie du an eine Sache herangehst, so tritt sie ein. Was Margit sagte? An Regentagen mag ich das Spazierengehen nicht und dir klebt Blaukraut am Bad. Sie sagte, Karl, du bist verschwunden, ohne Bescheid zu geben. Ich rufe doch an. Du bist einfach weg gewesen. Ich werde bald wieder bei dir sein. Wie bitte? Margit, der Empfang ist schlecht. Es muss an den Bergen liegen. Sie halten die Strahlen ab. Karl stand in seinem Zimmer vor dem Heizkörper. Er legte die Hände drauf und klemmte das Telefon zwischen Schulter und Kopf. Draußen ging eine Frau vorbei. Sie winkte, als ein Auto vorüberfuhr. Karl zog die Hände zurück und wischte über die Fensterbank. Ja, das mache ich. Ja, das werde ich. Ich weiß, dass in so einer Situation Sorgen aufkommen. Margit war nicht mehr zu hören. Er ließ das Telefon noch eine Weile zwischen Ohr und Schulter. Eine Sperrlinie ist eine Sperrlinie. Er flucht Karl und bremst ab, als ihn ein weiteres Auto überholt. Rechts von ihm fließt am Fluss die Straße entlang. Ich werde sicher nach Hause kommen. Bald wird die Autobahn ausgeschildert sein. Bald werde ich auf der Raststation. Morgen wird mein Aufbruch eine Ankunft sein. Hör, wie der Regen fällt. Margit, werde ich sagen. Weißt du, wir sind dieses Jahr noch kein einziges Mal über Schnee gegangen. Und ich dachte bei meiner Abreise schon, dass der Winter kommt. Und das ist vor allem, wie der nächste Adler hat. Ich bin ein, was ich hab. Ich bin ein, was ich heißt. Ich kann es nicht so leben. Ich bin ein, was ich hab. Ich bin ein, was ich weiß wirklich nicht. Was ich?